Herzlich Willkommen zum Hartfisch-Podcast über die bessere Art zu trainieren und ein gesundes Leben zu führen. Mein Name ist Patrick Arendt und bei mir im Hartfisch-Studio ist wie immer einer der Hartfisch-Mitbegründer und Leiter eines ambulanten Reha-Zentrums Dr. Karl Mayer. Hallo Charles. Hallo Patrick. Seit vielen Jahren besteht der Glaube, dass ein Gläschen Rotwein am Abend eine gesundheitsfördernde Wirkung habe. Passionierte Weintrinker zitieren nur allzu gerne solche wissenschaftlichen Studien, die ein geringes Herz-Kreislauf-Risiko und eine höhere Lebenserwartung versprechen. Doch ist das vielleicht wirklich nur ein Mythos, der sich hartnäckig hält? Oder sollten Abstinenzler ihre Gesundheit zuliebe mit dem Trinken anfangen? Wir gehen dieser Frage heute auf den Grund und Charles, ich würde mal sagen, wie sieht es denn bei dir aus? Trinkst du gerne mal ein Gläschen Wein am Abend? Sehr gerne sogar. Für mich ist es eine Kunst aus Trauben, einen guten Wein zu machen. Wein zu kosten ist ein Genuss und respektable Persönlichkeiten findet man tatsächlich unter den Winzern. Wein wird auch gepflanzt in den schönsten Gegenden der Welt. Aber je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr genießt man und desto weniger trinkt man. Wirklich gute Weine sind auch teuer. Wer Wein genießt und sich damit beschäftigt, kennt auch die Gefahren. Was meinst du denn zu der Aussage, dass ein Glas täglich gesund sei und das Leben verlängere? Naja, das ist ein Mythos, der sich schon sehr lange hält. Wenn man das die Weinindustrieuntersuchungen veröffentlicht, die dem Wein gesundheitliche Wunderwirkungen zuschreiben, ist vielleicht denkbar, aber nicht klug. Jeder weiß, dass Alkohol enormen Schaden anrichten kann. Viele ältere Studien wurden mittlerweile überprüft und großenteils widerlegt. Sie hatten offensichtliche Mängel in der Durchführung und es wurden auch falsche Schlussforderungen gezogen. Das sind ja tendenziell keine guten Neuigkeiten für die meisten von uns. Wie kam man denn überhaupt auf die Idee, dass Rotwein gesund sei? Ja, da gab es eben dieses französische Paradoxon. Das wurde 1918 beobachtet, dass die Franzosen trotz alkoholreicher und fettreicher Ernährung anscheinend länger leben als andere Europäer. Und das wurde auf den erhöhten Rotweinkonsum zurückgeführt. Man fand heraus, dass Rotwein Stoffe mit antioxidativer Wirkung enthält. Diese sind in der Haut der Trauben enthalten, die bei der Rotweinherstellung mitverarbeitet wird, also nicht bei der Weißwein- oder Roséweinherstellung mitverarbeitet wird. Besonders gelobt werden hier die Polyphenole, die schützen die Gefäße und verbessern den Blutdurchfluss, heißt es. Das da unter den Polyphenolen ist das Resveratrol. Der schützt angeblich sogar vor Entzündungen, Krebs, Herz-Kreislauf-Erkrankungen und Alterserscheinungen. Die antioxidative Wirkung ist zwar belegt, aber nicht in großem Ausmaß vorhanden. Also stimmt das überhaupt gar nicht, was uns die Industrie sagen möchte, oder? Grundsätzlich stimmt die Aussage, Resveratrol hätte antioxidative Wirkung. Aber Resveratrol und andere Polyphenole sind auch in rotem Traubensaft, in Blaubeeren und Brombeeren enthalten. Die Menge in einem Glas Rotwein ist definitiv zu gering, hat keine bedeutende Wirkung. Unter Medizinen ist das französische Paradoxon sehr umstritten. Das Auftreten von Herz-Kreislauf-Erkrankungen in Frankreich wurde statistisch definitiv falsch erfasst. Und die Franzosen und Italiener könnten auch wegen anderer Faktoren gesünder leben, zum Beispiel wegen der Mittelmeerkost und des Olivenöls. Ich habe außerdem gelesen, dass Rotwein gut für den Cholesterinspiegel sei. Was kannst du uns darüber berichten? Also Rotwein soll das gute HDL-Cholesterin im Blut erhöhen und das Cholesterin senken. Da gibt es doch einige Studien zu diesem Thema mit teils widersprüchlichen Ergebnissen. Eine Studie aus dem Jahr 2013 besagte, dass der Konsum von 150 Milliliter Rotwein pro Tag positive Auswirkungen auf das Herz-Kreislauf-System hätte. Studien aus dem Jahr 2012 zeigten, die haben untersucht, Langzeiteffekte von Rot- und Weißwein zeigen sogar ein erhöhtes Risiko für Gefäßverengungen. Da könnte aber das vermehrte Sitzen und sonstige Faktoren wie gleichzeitig das Rauchen dazu beitragen. Das hört sich also so an, dass sich die Forschung überhaupt noch gar nicht so wirklich einig ist, wenn es um die gesundheitsfördernde oder um die potenziell gesundheitsfördernden Effekte des Rotweines geht. Also Einigkeit besteht definitiv darüber, dass Rotwein kein Heilmittel ist. Alkohol ist ein Nerven- und Zellgift und richtet dem Körper immer wieder enorme Schäden an. Es gibt einige Krebserkrankungen, die damit in Zusammenhang gebracht werden. Auch Gehirnfunktionsstörungen werden damit in Zusammenhang gebracht. Alkohol erhöht zumindest für ein paar Stunden auch das Risiko für Herzrhythmusstörungen, insbesondere für Vorhofflimmern. Also insbesondere Herzpatienten sollten sehr vorsichtig mit Alkohol umgehen. Allerdings sind diese Schäden meist nur vorübergehend. Wie gesagt, bei jedem Gift macht die Dosis die Wirkung. Solange sich der Organismus wieder erholen kann, ist der Schaden, der angerichtet wird, nicht sehr groß. Du hast Studien von 2012 und 2013 zitiert. Wie lauten denn die aktuellen Empfehlungen? Gar kein Alkohol oder nur möglichst wenig? Die WHO empfiehlt einen täglichen Konsum von 20 bis 30 Gramm reinen Alkohols. Der sei unbedenklich. Das entspricht ungefähr einem Glas Wein. Also wenn man schon Wein trinkt, dann ist eventuell Rotwein eine gute Wahl. Die hat die höchste Polyphenol-Dichte. Insbesondere die Rebsorte Tannat oder auch Parolo, Nebiolo haben eine erhöhte Tannindichte. Wein ist und bleibt aber ein Genussmittel, also eher ein Luxusprodukt. Sicher kein Nahrungsmittel. Man sollte insbesondere niemals zu einem Glas Wein greifen, um gesünder leben zu wollen oder womöglich um Probleme leichter bewältigen zu können. Da wird Alkohol eher zur Gefahr. Andererseits müssen aber moderate Trinker, die auch Trinkpausen in größerem Umfang machen, müssen nicht um ihre Gesundheit fürchten. Das wird wohl die meisten Zuhörerinnen und Zuhörer freuen, das zu hören. Und lass mich noch einmal ganz kurz zusammenfassen, wie es denn um den Rotwein steht. Wer sich jeden Tag ein Glas Rotwein gönnt, weil es gut für die Gesundheit zu sein scheint, lebt in einem Irrglauben. Frühere Studien haben Rotwein heilende Wirkungen zugesprochen, aber heutzutage weiß man definitiv, dass die Realität viel komplexer ist. Immer noch diskutieren Forscher über die positiven und negativen Wirkungen von Rotwein im Körper. Und eines steht fest. Rotwein ist, wenn überhaupt, in nur sehr geringen Maßen zu empfehlen. Ab einem Konsum von 150 Millilitern pro Tag überwiegen die schädlichen Effekte des Alkohols. Charles, was ist denn deine eine Botschaft, die unsere Hörer aus dieser Folge mitnehmen sollten? Also prinzipiell gilt, dass man Studienergebnisse zu gesundheitlichen Wunderwirkungen immer kritisch betrachtet werden soll. In der Medizin gibt es nur sehr selten wirkliche Wunder. Geringe Mengen an Rotwein schaden sicherlich nicht, aber wer ganz auf Alkohol verzichtet, lebt mindestens genauso gesund. Dann danke ich dir, Charles, für die heutigen Informationen. Und für Sie da draußen gilt, dass wir natürlich auch noch viel mehr wertvolle Inhalte leicht verständlich für Sie aufbereiten. Damit Sie da nichts verpassen, abonnieren Sie unseren Hardfish-Podcast gerne auf YouTube oder wo auch immer Sie Ihren Podcast gerade hören. Wir bedanken uns für Ihre Zeit, dass Sie eingeschaltet haben und sagen bis zum nächsten Mal.